Nächster Redner ist der Abg. Jürgen Frömmrich für die Fraktion Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kollegin Wallmann hat, finde ich, das hervorragend dargestellt, wie der Diskussionsprozess gewesen ist und mit dem, was wir uns beschäftigt haben. Im Grunde haben wir zwei unterschiedliche Auffassungen. Das ist nun einmal so in einem Parlament, dass man unterschiedliche Auffassungen hat. Die haben wir in einen Gesetzentwurf gegossen, den die Koalitionsfraktionen auf der einen Seite vorgelegt haben. Sie haben einen anderen Gesetzentwurf vorgelegt, der etwas andere Regelungen vorsieht. Das ist im Parlament üblich. Wir unterscheiden uns in der Frage der Parlamentsbeteiligung doch nicht darüber, dass man Parlamentsbeteiligung macht oder nicht macht, sondern wir unterscheiden uns in der Sache, wie man sie organisiert. Da finden wir, Entschuldigung, dass unser Gesetzentwurf der zielführende ist. Deswegen haben wir ihn eingebracht und ihn auch verabschiedet. Parlamentsbeteiligung ist doch in einer solchen Situation, in der es um viele Grundrechtseinschränkungen von Menschen geht, bei denen man auch um den Weg in verschiedenen Dingen ringt. Wie macht man es in der Schule, wie macht man es im Kindergarten, wie kriegt man es mit dem Arbeitsleben klar? Es gibt unterschiedliche Auffassungen, und die tragen wir doch hier im Parlament auch aus. Ich verstehe nicht, was der Kollege Lenders gerade hier vorgetragen hat. Er hat gesagt, dass Argumente im Parlament austauschen ist nicht gewollt. Das ist hier so festgestellt worden. Es ist doch nicht dein Ernst, das hier so vorzutragen. Ich will doch einmal an dieser Plenarwoche klarmachen, an welchen Punkten wir uns sehr intensiv in dieser Sache ausgetauscht haben. Wir haben über die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten geredet. Wir haben die ganzen Bereiche der Verordnungen aufgerufen. Wir haben die Lesungen zum Schulgesetz um die Pandemie gemacht. Wir haben weitere Schulgesetze zum Thema Corona und zum Thema Pandemie gehabt. Wir haben heute zwei Aktuelle Stunden gehabt, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigt haben. Wir haben vorhin über die Arbeitswelt und die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt geredet. Da kann man sich doch hier nicht allen Ernstes hinstellen und sagen, dass ein Austausch der Argumente über diese Fragen in diesem Parlament nicht gewünscht ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten unterschiedliche Auffassungen über das Wie, aber nicht über das Ob. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das will ich hier einmal feststellen. Wir haben eine Regelung beschlossen, die wir für zielführend halten. Sie hatten eine andere Vorstellung. Wir sagen, die vorgeschlagenen Regelungen werden dem Landtag vorgelegt. Der Landtag entscheidet, ob er diese zur Kenntnis nimmt oder von seiner Befugnis der Gesetzgebung Gebrauch macht nach Art. 80 Grundgesetz. Sie haben gesagt, wir nehmen die baden-württembergische Regelung, in der man über die vorgelegten Maßnahmen Ja, Nein oder Enthaltung sagen kann. Da haben wir gesagt, wir halten die Lösung dann auch konkret über die Vorstellungen, die man anders hat, dass man über diese Vorstellungen auch dann hier im Parlament diskutiert und regelt. Deswegen halten wir nach wie vor unsere Regelung für die bessere. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es eben gesagt, Frau Kollegin Faeser, da verstehe ich auch nicht, dass Sie hier den Vorwurf machen, dass es in diesem Parlament nicht gewünscht sei, über diese Frage zu reden und das Parlament zu beteiligen. Sie werfen uns vor, wir hätten das nur gemacht, damit wir das ausschließen. Frau Kollegin Faeser, ich wollte mit Frau Kollegin Faeser reden, aber der Kollege Weiß hatte noch etwas zu sagen. Ich verstehe das Argument nicht, was Sie da vortragen. Sie unterstellen doch sicherlich nicht der SPD-geführten Regierung in Hamburg, dass Sie Ihre Regelungen in Kraft gesetzt haben, um das Parlament nicht zu beteiligen. Das sind die gleichen Regelungen, die wir hier beschlossen haben. Hier sind Sie total schlecht, und Sie schalten die Mitwirkungsrechte des Parlaments aus. In Hamburg stellen Sie sich hin und sagen, dass es tolle Regierungskunst ist. So funktioniert es nicht, Frau Kollegin Faeser. Deswegen, finde ich, sollten Sie dieses Argument noch einmal kurz überdenken. In Baden-Württemberg machen die Kolleginnen und Kollegen das anders. Ja, Sie machen es in Baden-Württemberg anders. Aber wir haben hier als Koalition über diese Fragen geredet und haben gesagt, wir haben eine andere Auffassung, wir wollen es anders regeln. Das ist nun einmal so im Parlamentarismus und im Parlament, dass man unterschiedliche Auffassungen austrägt und dann abstimmt und dann schaut, welche Regelung eine Mehrheit findet. Ich glaube, wir haben in dem letzten Plenum einen guten Gesetzentwurf verabschiedet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe es, glaube ich, jetzt auch hergeleitet. Herr Frömmrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Müller? Nein, sehen Sie es mir bitte nach. Wir haben dieses Thema wirklich intensiv diskutiert. Wir haben Ihnen unsere Argumente gesagt, Sie haben uns Ihre Argumente gesagt. Wir glauben, dass wir hier eine zielführende Regelung für Hessen gefunden haben. Deswegen sehen Sie es uns bitte nach, dass wir weiterhin meinen, dass unser Gesetz ein richtiges und ein zielführendes ist. Deswegen werden wir Ihren Gesetzentwurf mit Verlaub ablehnen. – Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. – Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Abg. Jürgen Lenders. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass die GRÜNEN, speziell der Kollege Frömmrich, eine ganz andere Sicht auf die Frage hat, wie man Argumente austauscht. Aus unserer Sicht ist es ein Austausch von Argumenten und Debatte, dass man vorher zu einem Thema zusammenkommt, Argumente mal austauscht, gewichtet, zuhört, abwägt, nach Hause geht und vielleicht auch darüber nachdenkt. Das, was du gerade vorgetragen hast, heißt, ihr tragt eure Argumente vor, wir hören zu und schauen dann zu, was ihr mit eurer Mehrheit entscheidet. Ich habe ein anderes Verständnis von Parlamentarismus. Vielen Dank, Herr Kollege. – Was ist das jetzt der Tagesordnungspunkt? – Sie haben noch 1,10 Minuten. – Kollege Frömmrich, Sie haben die Möglichkeit, zu erwidern. Vielen Dank. – Ich verstehe jetzt den Einwand nicht. Ich habe anhand der Tagesordnung für diese Plenarwoche deutlich gezeigt, an welchen Punkten wir sehr intensiv über diese Fragen diskutiert haben. Sie haben Gesetzentwürfe eingebracht, wo Sie Ihre Vorstellungen aufgeschrieben haben. Zu denen haben unsere Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen Stellung genommen. Wir haben Vorschläge in die Debatte gebracht, zu denen Sie Vorschläge gemacht haben. Aber was wir doch hier machen, ist der Austausch von Meinungen und der Austausch von Inhalten. Was anderes verlangen Sie hier von einem Parlament? Wir sind doch sozusagen hier kein Arbeitskreis, der sich zusammensetzt und gerade stundenlang darüber redet, wie man es nun am besten macht und womöglich auch noch eine Gruppe bildet, die dann noch einen Schreibarbeitskreis macht und einen Gesetzentwurf macht. Das ist doch nicht die Arbeit, die wir hier leisten. Wir haben sehr wohl die unterschiedlichen Auffassungen über verschiedene Punkte hier ausgetauscht. Sie haben hier vorne gesagt, es habe keinen Austausch gegeben, und ein Austausch sei nicht gewünscht. Das habe ich Ihnen an den Punkten, die ich aufgezählt habe, sehr deutlich gemacht. Danke, Herr Kollege Frömmrich. Herr Kollege Richter hat sich noch gemeldet. Sie haben das Wort. Wir sind eh im Verzucht, da kommt es auch nicht mehr darauf an. Herr Kollege, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte ganz kurz noch etwas zu Herrn Lenders sagen. Uns zu unterstellen, wir würden die Gesundheit der Menschen nicht ernst nehmen oder nicht fördern wollen oder dagegen sprechen, das muss ich wirklich in aller, aller Schärfe zurückweisen. Frau Wallmann, ich habe den Eindruck, dass am letzten Dienstag, wo ich die Rede gehalten habe, als Antwort auf die Regierungserklärung nicht hingehört worden ist, was wir gesagt haben. Wir waren hier im Parlament die Allerersten, die Ende Januar SARS-CoV-2 überhaupt thematisiert haben. Da haben Sie noch tief geschlafen. Also bitte kommen Sie nicht auf die Idee, uns vorzuwerfen, wir würden etwas nicht ernst nehmen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Sie haben es acht Wochen nicht wahrgenommen, Frau Wallmann. Da können Sie noch so sehr schreien und schimpfen. Es ist einfach so. – Vielen Dank. Danke, Herr Richter. – Für die Landesregierung hat das Wort Herr Staatsminister Wintermeyer. Wir brauchen ihn noch ein bisschen, deswegen soll er auch gesund bleiben. Bitte, Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Präsident, abwischen und auswischen sind zwei unterschiedliche Punkte. Meine Damen und Herren, verehrter Herr Präsident, die Landesregierung spricht jetzt zum fünften Mal, wenn ich die drei Lesungen des bereits am 11. Dezember beschlossenen Gesetzes über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen der Regierungsfraktion mit einrechne über das selbe Thema. Ich kann Ihnen jetzt fünfmal dieselbe Rede halten. Ich nehme jetzt ausdrücklich Bezug auf die Ausführungen meiner verehrten Kollegin Wallmann und auch meines verehrten Kollegen Herrn Frömmrich, denen sich die Landesregierung vollumfänglich anschließen kann. Das Gesetz vom 11. Dezember führen wir vollumfänglich aus, Frau Kollegin Faeser, auch wenn Sie mit dem Kopf schütteln. Auch die Pflicht der Landesregierung zur Übermittlung in § 3 der von ihr erlassenen Verordnung binnen 24-Stunden-Frist führen wir aus. Falls Sie einmal genau hingeguckt haben und auch einmal sehr ehrlich sind und nicht nur oppositionell sagen, die Regierung macht einfach etwas, die informiert das Parlament nicht und überhaupt, Sie bekommen die Verordnungen unmittelbar nach Ende der Kabinettssitzung, wenn das Corona-Kabinett sie beschlossen hat. Per E-Mail, nicht per Bote, aber per E-Mail, also innerhalb der ersten Stunde dieser 24-Stunden-Frist, Frau Kollegin Wallmann. Vielen Dank, dass Frau Wallmann wenigstens klatscht. Liebe Frau Kollegin Faeser, Sie mussten in Ihrer Rede begründen, warum Sie einen Gesetzentwurf, der völlig überholt ist, jetzt immer noch aktuell ist. Es ist Ihnen, glaube ich, wie das auch die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen dargestellt haben, nicht gelungen. Ich will Ihnen Folgendes noch einmal sagen, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Ich kann Ihnen jetzt hier meine Mappe holen. Ich bete Ihnen vor, wie viele Kleine Anfragen wir beantwortet haben, wie viele Plenartagesordnungspunkte gemacht wurden, wie viele Ausschusssitzungen stattgefunden haben, wie viele Stunden wir diesem Parlament, was auch die Verpflichtung der Landesregierung ist, Rede und Antwort gestanden haben. Das lassen wir uns nicht in Abrede stellen. Aber eines werden Sie nicht bestreiten können, Frau Kollegin Faeser, dass wir die Hessische Landesregierung – und da hat unser Ministerpräsident immer darauf geachtet –, dass wir die Fraktionen des Hessischen Landtags, die ja von ihren Fraktionsvorsitzenden geführt und repräsentiert werden nach außen, vor Erlass der Verordnungen kontaktiert haben und auch berichtet haben, was in den Ministerpräsidentenkonferenzen stattgefunden hat. Lassen Sie mich noch einen zweiten Punkt dazu sagen. Alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben sich in diesen Konferenzen gemeinsam mit der Bundesregierung insbesondere in einem Punkt Mühe, dass wir möglichst gleichlautend in der Bundesrepublik Verordnungen machen, damit nicht die Geschäfte in Rheinland-Pfalz geöffnet sind, hier in Wiesbaden zu sind. Das ist das, was wir machen. Alle Landesregierungen beschließen dann auch die entsprechenden Verordnungen. Ich hatte es Ihnen bereits im Hauptausschuss gesagt. Wir handeln als Landesregierung hier in Hessen und alle anderen Landesregierungen auch in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines von einem Parlament, nämlich der ersten Gewalt erlassenen Gesetzes, dem Bundesinfektionsschutzgesetz. Das ist ein bisschen schneller beschlossen worden. Es ist letztes Jahr sechsmal geändert worden. In seiner letzten Änderung ist es ein bisschen schneller beschlossen worden, als hier im Allgemeinen im Hessischen Landtag diese Gesetze, jetzt nehme ich einmal Ihren Gesetzentwurf, beschlossen werden. Aber wir handeln auf gesetzlicher Grundlage. Und in diesem Gesetz ist eine Verordnungsermächtigung drin, für den Bund und für die Länder. Und Verordnungsgeber, das können Sie in Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz, auf dessen Boden wir ja wohl hoffentlich alle stehen, entnehmen, ist die Exekutive. Ein Parlament kann über Verordnungen debattieren, kann auch sagen, diese Verordnung ist schlecht, aber ein Parlament kann keine Verordnung beschließen, die aufgrund eines Bundesgesetzes oder eines Landesgesetzes entsprechend zu erlassen ist. Das wollen wir hier klar festhalten, wenn auch hier, verehrter Herr Präsident, zu Recht häufig natürlich über Gewaltenteilung miteinander gesprochen worden ist. Meine Damen und Herren, ich will zu Ende kommen und noch zwei kleine kurze Gedanken ansprechen. Sie haben gesagt, es ist eine Frage der Akzeptanz. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Wir müssen hier debattieren und auch miteinander streiten, um Akzeptanz im Endeffekt für viele, viele Dinge zu gewährleisten. Aber gehen Sie davon aus, dass die Hessische Landesregierung beim Erlass jeder einzelnen Verordnung, die wir machen, uns natürlich abstimmen, zuvörderst natürlich auch abstimmen, damit wir eine parlamentarische Mehrheit haben, das heißt auch mit den Koalitionsfraktionen, mit den Verbänden uns abstimmen, die es betrifft. Und wir stimmen uns natürlich auch mit Ihnen ab. Das werden wir wohl, glaube ich, nicht infrage stellen. Was wir dann nachher entscheiden, ist unsere Aufgabe, weil dafür sind wir als Regierung und ich sage auch als Regierungsfraktionen hier im Parlament legitimiert. Akzeptanz erreichen ist wichtig. Nicht jeder Beitrag hier ist akzeptanzsteigernd. Das wissen wir, wenn wir nach gestern schauen. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir über diese Akzeptanz reden und nicht den Eindruck entstehen lassen, hier arbeitet die Regierung vollständig am Willen des Bürgers und der Bürgerinnen vorbei, weil das Parlament in keiner Weise beteiligt wird. Das weise ich für die Hessische Landesregierung ausdrücklich zurück. Meine Damen und Herren, letzte Bemerkung. Lieber Jürgen Lenders, ich habe mit sehr großer Aufmerksamkeit, natürlich wie immer, die Ihnen zugehört. Ich rede hier vom Rednerpult. Sie haben eben gerade dargestellt, dass die Landesregierung allein in der letzten Woche vier Verordnungen außer Kraft gesetzt hat und neue in Kraft gesetzt hat. Auch da empfehle ich vielleicht vorher, bevor man so etwas sagt, auf unsere Homepage zu schauen, weil wir nämlich alles sofort im Internet veröffentlichen, außerordentlich transparent sind. Ja, es ist richtig. Wir haben die COCOBEV, also die Corona-Kontaktbeschränkungsverordnung, wie sie richtig heißt, am 3.2. geändert, aber nicht außer Kraft gesetzt, sondern geändert und auch die Einrichtungsschutzverordnung geändert, also zwei geändert und nicht vier geändert, Herr Lenders. Wissen Sie, warum wir sie geändert haben? Wir haben sie deswegen geändert, weil eine dringende Bitte war. Es ging nämlich um Mundschutz im öffentlichen Personennahverkehr, beim Einkaufen, den medizinischen Mundschutz. Wir haben FFP2, KN95 und sonst irgendetwas reingeschrieben, hatten aber nicht eine koreanische Herstellerfirma, die eine andere Kennzeichnung hat, aber genauso gute Medizinmasken herstellt, entsprechend drin gehabt, was natürlich eine Wettbewerbsbeschränkung und vor allen Dingen auch eine Beschränkung der Menge der zur Verfügung zu stellenden Masken gewesen wäre, geändert. Es sind vier Buchstaben geändert worden, nicht mehr, nicht weniger. Das wollte ich hier nur wenigstens gesagt haben. Wir haben keine Verordnung außer Kraft gesetzt. Im Sinn und Zweck sind sie. Sie sind ergänzt worden. Ich bedanke mich, dass ich das hier zumindest korrektiv darstellen durfte. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich der Kollege René Rock, Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Debatte heute über dieses Gesetz hat eine Vorgeschichte. Herr Staatsminister Wintermeyer, ich habe nicht gesagt oder auch niemand von den Freien Demokraten hat gesagt, dass es keine Rechtsgrundlage gibt für das, was Sie tun. Die Belehrungen können Sie gerne machen, die sind uns bekannt. Allerdings möchte ich Ihnen auch noch einmal deutlich sagen, dass, was wir tun, Sie berufen sich auf ein Gesetz des Deutschen Bundestages, wir berufen uns auf das Grundgesetz. Was wir machen, ist genauso rechtmäßig. Man konnte ja den Eindruck gewinnen bei Ihrer Rede, alles ist geregelt. Warum machen die das überhaupt? Sie könnten aber zuhören, wenn Sie das nicht überfordert. Hören Sie doch einfach einmal zu. Das könnte Ihnen nicht schaden. Darum ist es nämlich total wichtig, dass wir wieder in eine Diskussionskultur zurückkehren, wie sie am Anfang der Pandemie im Hessischen Landtag geherrscht hat, wo in breiter Mehrheit, wie das heute immer noch in den meisten Landtagen in Deutschland passiert, schwierige Entscheidungen zusammen vorgetragen und dann auch gemeinsam getragen werden. Das ist nämlich die Grundlage für Vertrauen auch bei der Bevölkerung. Das haben Sie ja schon im Sommer zerstört. Als Wiedergutmachung haben Sie dann gesagt, wir informieren Sie vorab in Schaltkonferenzen durch den Ministerpräsidenten. Das ist aller Ehren wert. Das freut einen auch. Das ist intransparent in einer gewissen Weise. Ich habe kein Protokoll. Ich kann mich auf nichts berufen. Nicht eine Anregung der Opposition, die wir in diesen Gesprächen gemacht hatten, wurde aufgegriffen. Ich muss sagen, was gut klappt, ist, wenn man eine Frage stellt, bekommt man meistens eine Antwort darauf und auch schnell. Aber es ist doch kein Dialog. Es ersetzt doch keine parlamentarische Debatte. Es ersetzt doch keinen Ausschuss, sehr geehrter Herr Wintermeyer. Das ist nicht das, was ich unter parlamentarischer Beratung verstehe. Wenn Sie jetzt hier vorne stehen könnten und könnten sagen, wir haben es im Griff und es läuft super in Hessen. Die Menschen werden zu Tausenden, zu Hunderttausenden geimpft. Im Sommer sind wir wahrscheinlich durch die Krise die Finanzhilfen an die Unternehmen laufen. Wenn Sie hier eine Bilanz hätten, wo wir sagen würden, diese Regierung aber, die Bevölkerung kann sich beruhigt zurücklehnen. Das haben Sie aber nicht. Und wir haben Ihnen ganz oft Anregungen und Hinweise gegeben, aus ganz vielen Fraktionen, was man gut machen könnte und besser machen könnte. Und diese Bilanz müssen Sie doch mal neben das legen, was Sie hier vortragen. Ich bezweifle ja nicht, dass Sie total bemüht sind, alles richtig und gut zu machen. Und wir würden vielleicht in Ihrer Verantwortung auch nicht alles gut und richtig machen. Aber Sie widersetzen sich nachhaltig der kontroversen Debatte. Und Sie sind nicht bereit, Kritik zu akzeptieren. Sie empfinden Kritik immer als Majestätsverletzung und als Beleidigung. Aber Sie können doch nichts dazulernen. Und Ihre Politik kann doch nicht besser werden, wenn Sie nicht endlich einmal diese Kritik wahrnehmen. Und das werfen wir Ihnen vor. Sie widersetzen sich mit einer Art von Arroganz, Überheblichkeit und Selbstgewissheit dieser Debatte. Sie sind nicht bereit, Anregungen aufzunehmen. Sie sind nicht bereit, sich der Debatte zu stellen. Und wenn man hier, wie wir als Freie Demokraten das gemacht haben, seit Monaten darauf hinweisen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst verbessert werden muss, dass wir seit Monaten auf den Schutz der Altersheime hinweisen, dass wir hier Gesetzentwürfe einbringen, mit klugen Vorschlägen, wie Sie die Schulen in Hessen öffnen können, dann schieben Sie das zur Seite und sagen, nein, also wirklich, wir haben doch ein Gesetz in Berlin, wir können doch die Verordnung machen, wir sind zuständig. Seien Sie doch dankbar, dass Sie von uns regiert werden. Das ist nicht meine Aufgabe als gewählter Vertreter dieses Parlaments. Meine Aufgabe ist es, Sie zu kontrollieren und die Politik in Hessen besser zu machen. Dieses Gesetz, das wir heute eingebracht haben, ist der richtige Weg, hier einen deutlichen Schritt voranzukommen. – Vielen Dank. Danke, Kollege Rock. – Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokraten, Frau Abg. Nancy Faeser. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatsminister Wintermeyer, ich will noch einmal eines wirklich klarstellen. Ich glaube, das ist in diesem Hause auch wichtig. Ich finde es durchaus gut, was Sie gesagt haben, dass wir vorher informiert werden, bevor die Landesregierung entscheidet, dass wir so schnell Ihre Rechtsverordnung bekommen. Das erkenne ich auch an. Aber das sind Informationen. Informationen finde ich gut und richtig. Das kommt auch schnell. Wir werden vorher informiert. Ja, man ist ganz anders unterrichtet. Aber das hat doch nichts mit Beteiligung zu tun, meine Damen und Herren. Beteiligung heißt, man wird frühzeitig einbezogen, und man hört auch einmal das, was wechselseitig eingebracht wird, und verändert dann etwas. Das soll doch unser Gesetz bewirken, dass wir hier als Parlament über die Dinge reden und dann entscheiden, ob das gut oder schlecht ist, oder ob wir an der einen oder anderen Stelle etwas verändern können. Ich habe Ihnen immer das Beispiel, als wir frühzeitig darüber geredet haben, über das Beherbergungsverbot gesprochen. Es wäre total klug gewesen, das Beherbergungsverbot vorher hier einmal miteinander zu diskutieren, auszutauschen und dann gemeinsam zu dem Schluss zu kommen, es zu verändern, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, was es ist. Doch, ich weiß nicht, was es ist. Bei der CDU, Herr Müller, ist es, dass Sie seit über 20 Jahren regieren. Ja, so ist es. Seit über 20 Jahren? Nein, das sehe ich ganz anders. Das machen Sie nicht gut. Da verschwimmen nämlich die Grenzen zwischen dem, was man als Regierung macht und was man als Parlament noch zu entscheiden hätte. Aber die GRÜNEN sind erst seit gut sieben Jahren dran. Da finde ich den Prozess schon erstaunlich, dass das so schnell geht, dass man meint, man müsse hier nichts mehr von anderer Seite annehmen. Herr Frömmrich, nicht nur, dass Sie sich auch im Stil etwas von der Kollegin Wallmann anschauen können, wie man miteinander diskutiert, aber dass Sie sich hierhin stellen, mich dafür kritisieren, dass ich hier eine andere Meinung habe als meine Kollegen in Hamburg, aber dann einen Satz später sagen, nein, aber Sie finden das, was in Baden-Württemberg gemacht wird, nicht gut? Das finde ich schon spannend. Sie müssen aus Ihren Mechanismen herauskommen, weil es wirklich um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung geht. Sie können nicht immer sagen, Sie legen nichts vor, dann legen wir etwas vor. Die FDP hat sich die Mühe gemacht, einen ganzen Gesetzentwurf vorzulegen, diese Woche, so wie Sie es wollten. Dann sagen Sie, nein, das ist auch wieder nicht gut. Sie müssen endlich dazu übergehen, uns hier ernsthaft zu nehmen, und Sie müssen sich Ihrer Rolle bewusst werden. Sie sind Parlamentarier. Sie da drüben sind nicht die Regierung. Sie sind genauso Parlamentarier wie wir anderen auch. Darum geht es in unserem Gesetzentwurf. Das haben Ihre Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg sehr gut gemacht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Faeser. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir sind damit am Ende der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs von SPD und Freien Demokraten. Wir werden das nachher im Abstimmungsblock wieder aufrufen und abstimmen. Sie haben dort nicht alle zusammengebracht. Sie werden das nachher im Übereinkommen. Aber hier twang immer wieder aufrufen.